Warum sollten Sie einen Kofferanhänger kaufen? Der Kauf eines Kofferanhängers ist besonders sinnvoll. Wenn Ihr Reisekoffer kein Adressfeld integriert hat, Kofferanhänger haben einen praktischen und einen ästhetischen Nutzen. Kofferanhänger beinhalten Ihren Namen und Ihre Adresse, sowie eventuell weitere Kontaktdaten. Zusätzlich dienen Sie zur Individualisierung Ihres Reisegepäcks. Wie viel kostet ein Kofferanhänger? Grundsätzlich kostet ein einzelner Kofferanhänger selten mehr als 10 Euro. Kofferanhänger werden, allerdings fast ausschließlich in Mehrfachpackungen angeboten. Kaufen Sie eine solche Packung, kann der Preis eines Anhängers auf 1-2 Euro sinken. Was zeichnet einen Kofferanhänger aus Kunststoff aus und worin liegen dessen Vorteile und Nachteile? Kofferanhänger und Gepäckanhänger aus Kunststoff sind bestens für die Individualisierung deines Gepäckstückes geeignet, da es sie in den verschiedensten Formen und Farben gibt. Was zeichnet einen Kofferanhänger aus Leder und worin liegen dessen Vorteile und Nachteile? Kofferanhänger aus Leder verleihen deinem Gepäck eine hochwertige Note, da sie sehr schlicht und edel aussehen. Was zeichnet einen Kofferanhänger aus Kunstleder und worin liegen dessen Vorteile und Nachteile? Kofferanhänger aus Kunstleder verleihen, wie auch Namenschilder aus Leder deinem Gepäck eine hochwertige Note aufgrund ihres hochwertigen und edlen Erscheinungsbildes. Koffer aus Kunstleder sind optisch kaum von denen aus Leder zu unterscheiden und bilden deshalb eine günstige Alternative. Was zeichnet einen Kofferanhänger aus Metall aus und worin liegen dessen Vorteile und Nachteile? Kofferanhänger aus Metall, dabei handelt es sich meistens um Aluminium, gehören zu den robustesten Kofferanhängern. Hierbei besteht sowohl das Namensschild als auch der Riemen aus Metall.